Mach die Gamer Musik aus! 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 Was für ein Lager? Was für ein Lager? Das ist das Arbeitslager Das ist das Arbeitslager Lied Das ARW WTF WTF Alter Junge Das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet Das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet Wenn ich jetzt ein Facecam hätte Dann würdet ihr einfach nur sehen wie ich jetzt den Faceball mache Alter Bitch Ich hab keinen Aim Ist die kaputt? Yes Fotze Man sagt sowas nicht Einer ist ganz hinten Zwei Stück da hinten links bei dir Einer ist ganz hinten Zwei Stück sind da Ja hinten links Super Dennis Du hast eine richtige Links-Rechts Schwäche Junge Geradeaus von dir links Ja Das ist hinten rechts Achso Jetzt ist das Rechte Oh Wer ist leider Detlef? Ich helb Ich jetzt? Ey Junge Nein der Detlef Wirklich? Was? Wenn du jetzt weiter so leidest Ich bring dich vor Mal Ja Top Komm schnell Oh ja Das ist alles Perfect question Come Was denn? Du weißt was das tollig ist Dennis hat sich ja wirklich so an Dennis hat sich ja wirklich so an Mit der ersten Irgendwann hat das schießen bei uns Ja? Kann ich rein? Ja aber das ist nicht Das ist draußen Ist da runtergefallen? Die ist aus der Türke gejumpft Und ich hab erstmal nichts gecheckt Die hat aber auf mich geschossen Da hab ich gedacht Hey Leute das ist doch ein Gegner Dann hab ich auf die geschossen Und die hat mich einfach nicht draufbekommen Ja hier hängt C4 irgendwo Okay Hier Puls Nicht der Jäger Okay Durch die Wand einfach Pass auf Jäger liegt da Ja? Da liegt Da liegt einer Der guckt da direkt hin Das ist ein Schopper Bedrohung neutralisieren Da ist er doch Oh du bist doch tot Nathan ist richtig scheiße man Ja Junge das kam ja auf den Puls Und der Jäger war Was? Verkreis nicht das zu viel in die Presse bekommen Ja Nathan hat das zu viel in die Presse bekommen Ja Nathan hat das zu viel in die Presse bekommen Ich will I will I will Fuck you I will Fuck you Hallo Mit dein rechts kannst du glaube ich runter gehen Ah sorry lass uns jetzt aufmachen Ja Wieso Du bist aufgeflogen Ja oh my God Das ist doch klos Ja Renn niger Alter Ich bin da liegt am Boden Denis chill Ich habe zu mir jetzt Chill Denis Lass mich kurz hier nach vorne Jetzt, 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 jetzt kannst du mich nicht mehr reißen. Ab das Fenster im Blick. Der ist nach links weggelaufen. Ey, wie? Hä? Wie? Der hackt. Bleib schon los, Gehre. Kacau, okay. Mit der Diegel. One tap. Du hast noch Sprenger, du meinst. Da war Gratten. Der ist einmal rechts. Direkt rechts. Ist die Diegel? Nein. Mach Schild rein, mach Schild rein. Mach Schild rein auf die Diegel. Nein, geht nicht. Direkt rechts, direkt rechts. Tief her. Fack. Alter, ich dachte, der wäre direkt rechts, weil der da mit dem Laser-Front da hingezielt hat. Ah, unlucky, egal. Ach so, da hingezielt. Hab'n Klick verteilt, nein, 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 nein. One tap. One tap. War worth, also solange es drauf war. Okay. Dief. Thank you. Lochel. ...undestens!